Hallo zusammen, Wagyu Burger von Familie Fuchs von Bolliga. Jetzt haben wir hier eine Burger-Patty von Wagyu, ein bisschen Zibela-Chutney, ein bisschen Barbecue-Sauce, hier haben wir hier Jura-Blick-Käse, eigentlich wie Grizzer-Stil, jetzt haben wir ein bisschen Plättig und eingeleitetes Gemüse und hier ein bisschen Brioche. Also, wenn ihr euch den Grill machen, natürlich im Grill tut es perfekt mit einem sauberen Wetter, sonst kann es auch in der Pfannermaker. Ich nehme mal so ein Schlitz geben. Natürlich mit dem Patty sehr, sehr richtig, nicht so lange warten da draussen. Das Beste ist sogar, wenn es sehr, sehr kalt ist oder sogar vom Licken gefroren ist, dass es der schöne Weg ist. Natürlich ist es ein bisschen Fett drin. So, und natürlich wenn es Grill ist, kann man gerade mit einem schönen Brioche rein tun. Dann bauen wir ein bisschen Brioche, wie ihr euch gerne habt, ein bisschen mehr und ein bisschen so, sonst nur ein bisschen warm, nur mal das Lenko. Ich würde im Falle unter dran ein bisschen den Chutney, Zibela so, ganz wenig oben drauf. So schön. Und dann die Salate. Gemüse so, vom Anfang daher, ganz, ganz wenig so. Barbecue Sauce, eher zu so. Das freut mich schon mit dem Krieg. Wow! Ja. Et voilà, das ist das Bordel. Natürlich kommen die Glitte hier noch. Und die Barbecue Sauce dazu. Et voilà. Und Wagyu Burger. Hier vom Grill Saison natürlich haben wir zwei, drei, haben wir wie von der Grill Saison. Darum ist es so fast schwierig von mir zu entscheiden. Das haben wir von italianisch, wenn es dann italianisch hat. Das ist natürlich eine schöne Band von Orson. Das ist super. Und ein bisschen sehr auberasch. So, das haben wir blau-francisch von Austria. Das Recepte. Oder, das ist eine Bombe. Aber elegant. Top. Faka. Von Portugal. Portugal. Ich liebe Zecken. Ahhhh. Ich probiere mal den Banner. So. Der Grill Aroma. So. Und dann zusammen. Und eine gute. Freut mich. Bis bald.